Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir wollen da jetzt mal rein und mal schauen, was wir hier in Sentinel an Quests bekommen. Wir werden dort mal jetzt lädt. Ja, jetzt lädt's. Okay, ist mal ein neuer Palast. Also, wer ist jetzt hier König, Königin, nicht hier vielleicht? Lady Northbridge. Vielleicht müssen wir da rein? Bevor ich da reingehe, mache ich vielleicht einmal kurz so. Nicht, dass das jetzt verboten ist, da rein zu gehen. Okay, das ist cool hier. Mit ein bisschen Grün hier. Das hier? Muss ich hier hin? Ähm. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach so. Ähm. Ja. Und das ist die? Queen Alcoriti. Hello. Okay, hier sieht die anders aus als hier. Prince Gregliff. Ich habe aber keine Ahnung, zu wenig muss. Muss ich vielleicht die hier ansprechen. Lock. Und mild. Okay. Wo geht's hier hin? Ich habe keine Ahnung, mit wem ich hier quatschen muss. Aber anscheinend kann ich hier erstmal überall einfach so rein. Two stars. Ähm. Can't you see I'm busy? I'm not in a good mood. I might add. If you don't leave now, there could be trouble. Is that what you want? No. I didn't think so. Go on with whatever you do. Okay. Ein bisschen unangenehm, aber... Ja. Darf ich hier rein? Okay, ich habe keine Ahnung. Was ist mit ihm? Rohren. Hello. Okay. Anscheinend darf ich bisher hier überall hin. Ich werde bisher noch nicht angegriffen. So. Oder was steht eigentlich auf dem Brief? Äh. Prinz Lothun muss ich suchen. Greetings and Solutions. I hope your trip was uneventual. They say that you are keenly interested Also den Lothurn müssen wir hier irgendwo finden. Okay, jetzt ändert sich die Musik. Jetzt ist die Frage, ist das hier jetzt gefährlich, wo ich bin? Ist das hier jetzt ein Dungeon-Bereich? Der ist anscheinend böse auf mich, die auch. Habe ich hier jetzt Mist gebaut? Hier geht es nicht weiter. Was haben wir hier? Nehmen wir mal mit. Jetzt bin ich neugierig, was hier gibt es. Vor allem da stand jetzt nicht, dass ich nicht hier hingehen darf. Und ich will ja hier, wie heißt er jetzt? Lotus finden. Okay. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Boah, ich habe mich jetzt wegen den Ranken erschrocken. Alter. Ähm. Okay. Jetzt muss ich mich hier wohl wehren. Wenn die hier einen Centauren versteckt haben, dann muss ich mich hier schon wehren. Okay. Jetzt ist die Frage, bin ich noch ein normaler Common Citizen? Aber interessant. Hier geht es sogar noch weiter runter. und hier haben wir noch mal so was die frage die ich mir stelle ist wenn ich jetzt zurück zur königin da gehe werde ich von den wachen da auch noch angegriffen ok das sind anscheinend normale gegner gehe ich mal von aus das sind jetzt glaube ich eher so ich bin immer noch ein common citizen ok von da kam ich kann ich hier mal das machen ok das war ein baba anscheinend hier darf ich die umbringen weil ich jetzt momentan erstmal von aus gehe dass das jetzt nicht die wache ist spellswort ok nehme ich auch mal mit zähle ich jetzt als krimineller oder oder noch nicht ok dann gehen wir mal wieder nach oben würde ich sagen wenn es hier nichts mehr gibt so gab es hier noch auf der etage noch irgendwas auf der etage gab es nichts mehr also nochmal nach oben auf der etage gab es noch was da hinten gab es einmal noch was zum eingang eine tür hier das hier ok das wäre es dann auch und dann hier müsste es noch einmal geradeaus die tür hier haben wir da auch macht und viel können wir nicht mehr mitnehmen ich kann nicht an mein wagen ran ok wo geht es denn hier jetzt nochmal ein komplett neues gebiet ok wie komme ich hier hin wahrscheinlich hier rüber was hier jetzt gleich offen ist so und dann holen wir uns den jetzt nochmal nach oben jetzt müsste es wahrscheinlich offen sein ja ist offen nice ok wo geht es jetzt weiter ach hier ok 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 so dann wollen wir mal hier hin noch mal nach oben gucken mal schauen was jetzt frei ist wo wir jetzt durch okay egal wir suchen uns dann mal lieber wieder den weg zurück machen wir mal den da geht es hier drunter noch mal weiter tschuldigung ich habe gerade ein bisschen was im hals sage jetzt mal aber komm wir suchen uns mal den weg wieder zurück in der hoffnung dass wir nicht attackiert werden von den wachen was wird ist jetzt geht das hier los jetzt geht das wieder los mit dem werwolf sein ok das finde ich jetzt krass pferde höre ich jetzt auch schon in der nähe ouch okay sehr sehr mysteriös wir dürfen nicht vergessen dass es immer noch der tempel in also nicht tempel hier äh palasten sentinel wo hier jemand einfach mal aufgehangen ist so okay was geht hier ja gut und können wir nicht jetzt aber auch krass wie viele frauen hier jetzt sind also an also bei weiblichen gegner und echt viel für so ein palast und hier weiß ich nicht wie ich weiter komme kann ich mir wieder zurück verwandeln übrigens nein ist noch nie die zeit für ja hier waren wir schon jetzt ist die frage wenn wir zurückkommen irgendwie zurückschaffen hier waren wir noch gar nicht okay hat sich auch voll gelohnt hier der weg wo geht es denn hier jetzt hin ja genau vor mir er hat auf mich gewartet okay auch wieder ein komplett neuer bereich und hier haben wir noch eine tür so einmal kurz an also gegner sind denn deswegen kann ich hier jetzt nicht resten was mit hier hier geht das wahrscheinlich hier unten ne oh einfach mal zwei von denen das waren einfach mal zwei hier hier jetzt unterwegs sind im äh im königlichen dungeon sage ich jetzt mal nenne ich das jetzt mal ein palast okay vor allem auch wir sind jetzt die ganze zeit als werbe unterwegs unterwegs ah jetzt sind wir okay hier sind wir jetzt im kreis gelandet und gehen wir noch mal zurück und hier kommen wir auch noch alles klar wo geht es dann hier hin wenn wir hier kommen wir sehen wollen oh noch eine tür boah alter hab ich mich jetzt erschrocken ich bin aber auch übelst schreckhaft hier sind aber auch nur zu tauren gefühlt in den räumen okay hier geht es auch nicht weiter aber hier geht sogar noch weiter runter ja die beiden lasse ich mal gegen sich gegenseitig bekämpfen das heißt wir müssen eigentlich gleich nochmal hier wieder runter zurück alles wieder einsammeln ja zumindest vorausgesetzt wir werden jetzt nicht wenn wir wieder zurückgehen als kriminelle abgestempelt dann in dem fall würde ich jetzt laden dann ist das sie vielleicht eine unnötige folge geworden da waren wir auch noch nicht wir gehen aber erstmal hier hin so den machen wir auch noch kaputt und dann jetzt hier lang so komm so komm jo alter die tut mir leid lebt ihr noch oder ist sie schon tot vor allem die brust hängt schon raus von der schade dass sie die auch nicht befreien konnte oder sowas da geht es nach oben wo geht es da lang ja erstmal alles klar nochmal dies kann ich mich jetzt wieder zurück verwandeln ohne ne nein immer noch zu früh so wie sieht es hier aus aber stimmt solange wir eigentlich als werwolf unterwegs sind wird die kriminalität nicht uns angerechnet wenn die leute töten alter ist das riesig hier so jetzt noch der weg komm geht kaputt hier nochmal den machen ok wie sieht es jetzt aus kann ich mich jetzt endlich zurück verwandeln okay immer noch nicht immer noch zu früh aber echt krass wo wir hier gelandet sind nur in diesem dungeon also im palast jetzt muss ich eben ok hier da oben gab es noch gar nichts also noch nichts entdecktes meine ich von uns hier liegt ein schild ok hier haben wir die gräber hier gibt es so viel eigentlich zu looten ok ist nur noch der weg und dann hätten wir den bereich auch schon abgeschlossen ok und und wieder ein komplett neuer bereich Ist hier vielleicht eine geheime Tür? Nope. Wo geht es denn hier jetzt wieder hin? Wir dürfen wirklich immer noch nicht vergessen, das ist hier der Palast. Ja. Alter, hier geht es auch nochmal weiter hoch. Da geht es nochmal weiter hin. Wie riesig sollen das bitte sein? Nein, wir haben hier noch nicht mal fertig. Ich glaube, hier werden wir schon ein bisschen länger Zeit verbringen dürfen. Gehe ich mal von aus. Okay, aber hier sind wir wieder in einem altbekannten Gebiet, wo ich eine Tür vergessen habe, wie ich sehe. Die Tür nehmen wir mal eben, ganz schnell. Oh. Der muss von hier wahrscheinlich gekommen sein. So. Hier fehlt noch. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier nochmal alles absuchen werden. Da oben ist ja auch noch was. Meine Güte. Und hier, da unten, haben wir noch was vergessen. So, wo geht es hier lang? Wieder runter. Dann gehen wir mal durch diese Tür. Jo. So, wir sind jetzt wieder hier unten. Okay. Ich... Okay. Ich hatte Schwierigkeiten zu sehen, wo wir hin müssen. Weil das einfach so voll war. Okay. Okay, dann geht es da wieder zurück. Und dann... ... ... ... ... Oh, hier geht es auch nochmal weiter hoch. Oh, hier geht es auch nochmal weiter hoch. Ähm. Genau. Hier sind wir richtig. Dann hier lang, da lang. Und dann hier hoch. Hier waren wir noch nicht. Wir bleiben jetzt mal auf dieser Ebene, dieser Etage. Okay, dann gehen wir jetzt hoch. Oder? Ne, wir gehen jetzt hier hoch. Jetzt kommt's. Wir mussten diesen ganzen Weg machen, um Lotus zu finden. Und der ist da oben, in diesen einen Bereich, wo diese blauen Gitterzäune, sage ich jetzt mal, war. Ist. Und... ...dass er da ist. Und, äh... ...wir irgendwie... ...en Weg dahin suchen mussten. Wenn das jetzt was wäre. Also, wenn das jetzt hier wäre, in dem Bereich, wo wir nicht weiterkommen, irgendwie. Vor allem, das ist ja nur der öffentlich zugängliche Bereich vom Palast. Und das hier ist alles... ...der ganze Rest. Ich würde jetzt aber auch gerne wieder mich zurückverwandeln. Bleiben wir jetzt so? Ah, okay, immer noch... ...immer noch nicht soweit. Und wie kommen wir jetzt wieder zurück? Okay, als Werwolf würde ich jetzt aber auch nicht direkt zurück wollen. Hier geht's ja auch noch weiter. Noch ein neuer Bereich. Okay, jetzt bin ich... Jetzt werde ich immer neugieriger. Also, komm, geht kaputt. Geh kaputt. Ah, wir können die immer noch nicht looten. Vergess dich immer wieder, als wer wolle. So, dann heißt es hier noch mal kurz wieder runter. Und dann... ...nochmal schauen. Wäre im Grunde hier geradeaus und da einmal noch mal geradeaus. Okay, hier geht's wieder zurück. Aber hier fehlt auch noch wieder ein Stück. Jo, und hier geht's auch noch mal wieder runter. Tut mir leid, schöne Dame. Aber wenn du mich angreifst, dann muss ich zurück angreifen. So, komm. Okay, ja. Und noch ein neuer Bereich. Ey, der Palast hört ja gar nicht auf. Ah, hier sind wir wieder. Okay. Okay, die sind doch schon ein bisschen mehr miteinander vernetzt. Connected, wie auch immer. Okay. So, jetzt erstmal schauen. Genau hier fehlt es. Okay, hier haben wir jetzt die miteinander verschlossen. Und hier ist ja auch noch so viel. Vor allem, aber auch, wir sind ja den Weg gegangen. Und hier gab es ja noch eine Tür, die vielleicht das alles hier nochmal widerspiegelt oder so. Das wäre jetzt heftig, finde ich. Oder wenn es auch noch hier und hier auch noch weiter geht. So, jetzt ist die Frage. Da hinten habe ich was übersehen. Ist das richtig, was ich... Ja, das ist das, was ich übersehen habe. Okay, aber mehr gab es ja auch nicht. So, wenn wir hier jetzt wieder zurückgehen, schauen wir mal, ob wir wieder zurück verwandeln können und auch bleiben. Machen wir nochmal den. In der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Also, äh, machen wir nochmal das. Zwölf Stunden müsste doch reichen. Da haben wir uns zurück verwandeln können. Dass wir nicht so bleiben. Okay, hier... Hier ist es wieder normal. Und hier wird es dunkler. Seht ihr das? Das finde ich jetzt krass. Okay, wir sind wieder zurück, auf jeden Fall. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht attraktiert werden. Ne, die greifen uns nicht an. Das heißt, wir konnten da drinnen jetzt machen, was wir wollten. Okay, das ist gut. Das finde ich sehr gut. Also, hier. Jetzt ist die Frage, wo ist, oder wer ist Lotus? Wo finden wir Lotus? Und... Auch einmal... Nein, falsche Taste. Das hier. Hier, removeen. Alles in den Wagen. So, haben wir sonst noch was? Hier... haben wir sehr viel. Jetzt ist aber wirklich die Frage, wer ist Lotus? Oder ist sie gleich Lotus? Meister. Krayon? Oder Krayon? Oder so ähnlich? Wer ist sie? Kevya? Ah ja, vielleicht noch. Kommen, wir fragen die mal. Okay, Lotus finden wir nicht. Bist du Lotus? Lord Bozak. Die ist ja auch offen. Bist du Lotus? I don't have time for your type. Wie siehst du Lotus? Chiavexi. Okay. Da geht sie auch noch weiter. Und hier haben wir auch noch mal eine Tür. Und jetzt ist das hier auch noch offen. Ah ne, stimmt. Das war ja das, wo wir hin mussten, um nach oben zu kommen. Jetzt fehlt hier noch die Tür. Bist du Lotus? Your reputation precedes you, Meister II. I am in need of a courier. Would you buy chains the heating tower at the Red Scorpion Hostel anytime soon? Could I entrust you to drop off a package there for me? I would pay you 139 gold pieces for your trouble. Okay, komm, machen wir. What luck, my friend, is Tlachy in the Red Scorpion Hostel. Just ask around, everyone knows her. She will pay you right away. If you take longer than eight days, you might as well throw it away. Here it is. Tlachy has been threatened. This iron flail should put her feels to rest. Was? Aber ich suche eigentlich, äh... Lotus. Good day, Bushi is the name. You may have heard of my lady. Somebody has been filling the streets with horrible lies concerning my private life. I'll pay 131 gold to the person who puts a stock to them. What do you say? Okay, yes. You will? Excellent. Come back when you have some proof of who's behind all these nasty rumors about me. I'll give you the gold then. If you are not back within a month, I will assume that you have failed. Aber das sind jetzt nicht die Quests, die ich suche. Ich suche Lotus. Willst du Lotus? Wo ist ein Lotus? Wo ist ein Lotus? Irgendwo hier muss doch Lotus sein. Hier ist ja auch offen. Ah ja, stimmt. Hier waren wir ja schon. Nur den hier haben wir noch nicht. Oder doch, hatten wir schon. Warte mal, den hatten wir noch nicht gequatscht. Das ist auch Greglis. Wo ist Lotus? Jetzt ernsthaft. Das wird noch eine schöne Aufgabe. Er ist ja auch nicht Lotus. Ich habe keine Ahnung, wo wir Lotus finden. Aber ich würde sagen, dann machen wir das mal in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020